Blindflug erzählt von Liebe, von Vergangenheit, von Schuld und von Heimat. Es erzählt eine Liebesgeschichte zwischen einem türkischen jungen Mann, Faruk, und einem deutschen Mädchen, Heike. Und ich beleuchte die Lebensgeschichte der beiden Väter. Ich glaube, dass dieses Stück hochaktuell ist. Das ist ein Stück, was über Integration spricht, über die Frage, wie findet Integration eigentlich statt? Findet sie eigentlich überhaupt statt? Was passiert, wenn sich unterschiedliche Kulturen begegnen? Das MUT-Theater ist ein interkulturelles Theater. Das heißt, diese Produktion passt wie die Forst aufs Auge hierher. Und gerade in diesem Jahr haben wir das erste Theaterbrücken-Festival hier im MUT-Theater veranstaltet. Und es war da das Ziel, eben die Brücke zu schlagen, sozusagen zu anderen Formen des Theaters in anderen Kulturkreisen. Und genau das ist Ziel dieses Theaters. Es will die Begegnung zwischen den Kulturen fördern.